Ja, okay. Ja, einen wunderschönen Tag meine Freunde, mein Name ist Bushido. Ich bin hier gerade in der Bücherei in der Moschee, in der wir uns jeden Freitag zum Gebet treffen. Und ich kann es euch allen wirklich ans Herz legen, auch die Menschen, die so wie ich das Arabisch nicht perfekt beherrschen. Es gibt hier eine Möglichkeit über Kopfhörer die Predigt übersetzt zu bekommen, damit auch die Leute, die sozusagen nur der deutschen Sprache mächtig sind, auch zu verstehen, was hier in der Moschee gesprochen wird. Und das hier ist der Teil der Bücherei der Moschee. Hier gibt es auch extra Lektüre, die komplett im Deutschen übersetzt wurde. Und ja, ich habe mir da auch schon ein paar Bücher mit nach Hause genommen und man lernt nie aus. Und inschallah werden wir alle bessere Menschen dadurch und wir sind alle nicht perfekt. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier sehen. Alles Gute wünscht euch. Mein Name ist Bushido. Auf Wiedersehen.